Wir feiern mit euch das Finale dieses Sommers mit der exklusivsten Party-Reihe über den Dächern unserer Stadt und einem grandiosen Feuerwerk der Extraklasse. Die Party ist wirklich super und das Feuerwerk war einzigartig schön. Hammer, das ist ja besser wie Silvester. 95.5 Charivari, Münchens Hitradio präsentiert. Rooftop. Am 16. August feiert München exklusiv. Die Rooftop-Party im Kubertin, mitten im Olympiapark. Coole Cocktails, heiße Sounds und als Highlight erlebt ihr hautnah ein Riesenfeuerwerk über dem Olympiasee. Rooftop. Am 16. August im Kubertin, mitten im Olympiapark. Charivari macht immer die besten Partys der Stadt. Tickets und Infos nur auf charivari.de oder in der App. Dieser Sommer passiert ganz oben. 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.